Hi, willkommen zum 20. Teil meiner Serie über Diablo 3 und die Community. Ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit, eine Folge zu machen von meinem Podcast, sage ich mal. Und ja, das einzige und große Thema momentan in Diablo 3 Reaper of Souls ist der Patch 2.1.0. Und ich möchte dazu mal eine Statistik zeigen. Und zwar kann man bei Reddit, und ich sag mal, dass inzwischen der Diablo Reddit vielleicht die größte Seite oder die meistbesuchte Seite zu Diablo ist. Dort kann man sehen, wie viele Besucher dort sind und auch wie viele Visits oder Pageviews dort sind. Und man kann hier schön sehen, im März, da war der absolute Höhepunkt, da seht ihr bis zu 25 Millionen, was Wahnsinn ist. Also da sieht man den Traffic, den es gibt bei Reddit. Und das ist nur für Diablo. Und ja, schöne Stufen nach unten. Bis wir jetzt im Juli sind, und jetzt ist ja schon Ende Juli, ja, da sind wir jetzt auf einem Tiefpunkt überhaupt. Also wirklich, ja, das Interesse nimmt rasant ab. Und das ist halt das große Problem an Reaper of Souls. Viele von euch haben es auch festgestellt. Ihr seht auch hier jetzt auch mal, wenn man so ein bisschen die Tage nochmal im Juni, Juli sieht, geht's auch nochmal rasant drunter. Also es geht wirklich, das Interesse ist sehr, sehr stark abgenommen an Diablo 3. Weil, und die meisten von euch, die jetzt ja Reaper of Souls ein bisschen mehr gespielt haben und auch so ein paar Monate jetzt schon, und mal ein bisschen zurückblicken, ihr habt es ja auch dieselbe Erfahrung, die ich hatte, dass halt Reaper of Souls so in der Form keinen Langzeitspielspaß bietet. Wobei, oder kein Endgame, sagen wir mal so. Und viele Sachen, die ich vorher gewarnt habe und die ich befürchtet habe, sind leider eingetroffen. Aber, Blizzard weiß das selber, glaube ich, auch ganz genau. Und der Patch 2.1.0, der richtet sich genau da dran, denke ich. Wenn man mal so überlegt, man hat jetzt mal so alle Spieler spielen lassen bei Diablo. Sagen wir mal die Casuals, die haben jetzt ihren Spielspaß gehabt. Und, ähm, ja, die meisten haben davon aufgehört. Also, die allermeisten Leute, die ich kenne, die haben das Game drei, vier Wochen gespielt, auch sehr intensiv. Und die sehe ich schon jetzt nicht mehr online. Und ihr kennt es aus euren eigenen Clans, aus den Communities in Diablo 3 auf dem Live-Server. Ja, es ist wirklich schade. Aber, die Leute hatten ihren Spaß. Im Gegensatz zu Diablo 3 normal, ähm, hatten die Leute ihren Spaß. Und blicken auch nicht jetzt irgendwie auf Reaper of Souls zurück, wie, oh Gott, war das ein Scheißspiel oder so. Sondern, es war okay für sie. Die haben es dann irgendwie geschafft, T3, T4 zu farmen. Hatten ihr Set vielleicht fertig. Oder sogar manche auf T6. Und dann haben sie aufgehört. Das ist so die typische, die typische Spiele. Und, wenn man, die Leute, die auf Diablo 3 Vanilla zurückgucken, die gucken da irgendwie in Arkwon zurück. Also, das ist die, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Die gucken zurück, das war ein Scheißspiel, ich hatte keinen Spaß, es war alles Kacke. So viel Fehler und so weiter. Während man auf Reaper of Souls wirklich positiv zurückguckt. Das ist so der Unterschied, was man jetzt geschafft hat. Obwohl die meisten Leute nicht direkt schon nach einem Monat keinen Bock mehr hatten auf Diablo 3 Vanilla. Sondern das deutlich länger das Interesse sich gehalten hat an dem Spiel. Es war natürlich, man darf es auch jetzt nicht übertreiben, es war natürlich auch ein ganz neues Spiel. Und Reaper of Souls ist nur ein Add-on. Man muss es auch gewichten. Aber trotzdem, es war ein außergewöhnliches Add-on Reaper of Souls. Und, also, ja. Die Leute haben Classic meiner Meinung nach im Schnitt viel länger gespielt. Aber haben ein viel schlechteres Bild davon. Und das ist so das, was jetzt Reaper of Souls wirklich gut gemacht hat, wenn man das als gut sieht. Dass man die Leute, dass die Leute keinen Bock mehr aufs Spiel haben, aber Spaß hatten dabei. Und, ja. Der Patch 2.1.0 richtet sich genau jetzt an die Leute, die jetzt noch dabei geblieben sind. Und deswegen, denke ich, ist der wirklich so wichtig, der Patch. Es ist, also, die Leaderboards, die Greater Rifts, ne. Dass es eigentlich unendlich schwer werden kann, das Spiel. Dass man sich messen kann. Dass die Klassenbalance jetzt endlich mal wirklich ernsthaft angegangen wird. Dass es Seasons gibt. Dass man immer wieder neu anfangen kann. Also, alle großen Features. Oder dass die Legendary Games Teile davon unendlich erweiterbar sind. Diese Features sind alle darauf hin. Also, kann man nur verstehen, wenn man das gerade beachtet, was ich gesagt habe. Dass es viele Spieler gibt, die in Reaper of Souls auch die Reaper of Souls jetzt langweilig sehen. Damit man jetzt so eine Art Endgame einführt. Wie lange das jetzt wieder hält. Oder wie lange die Leute bei der Stange hält. Das ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber es ist ganz klar darauf ausgerichtet, einen längeren Spielspaß zu bieten. Als das, was wir jetzt gesehen haben in Reaper of Souls. Und da, deswegen halte ich den Patch für so wichtig. Den halte ich für wirklich außerordentlich wichtig. Und ich glaube wirklich, wenn sie den verhauen. Sieht nicht so aus, aber es ist immer schwer zu sagen. Man muss ja auch so einen Patch dann wirklich mal länger spielen, um ein Resümee zu ziehen. Dann glaube ich, dass Diablo ganz schön in der Versenkung verschwindet. Auch, also es gibt ja auch noch andere Zahlen jetzt. Also wie viel gestreamt wird. Hier gucken wir uns mal jetzt Reaper of Souls an. Also das war ein Vanilla-Nie, dass da kein Streamer mal mehr. Also das, die Zahl, guckt euch hier mal die Viewer-Zahlen an. Also es ist sehr, 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 sehr niedrig alles. Und, ja, der Patch wird wichtig. Das kann ich nur zu 2.1.0 sagen. Und dann eine Sache noch. Ich werde so häufig gefragt, wann kommt er denn live? Ungefähr alle 10 Minuten im Chat. Keine Übertreibung. Also wenn eine Frage dauernd gestellt wird, dann die. Und das wissen wir nicht. Es gibt dazu keinen Release-Termin. Und, ja, einfach abwarten. Mein Tipp ist, aller, aller frühestens, was wirklich außergewöhnlich wäre, wäre in 2-3 Wochen. Das wäre für mich der absolut frühstmögliche Termin. Es kann aber auch sein, dass der Patch überhaupt gar nicht im August erscheint. Sondern erst im September. Es kann sogar sein, dass der erst Mitte September erscheint. Oder wenn wir richtig Pech haben, sogar Ende September. Und ich fände es gar nicht so schlimm. Ich fände es gar nicht so schlimm, wenn sie sich Zeit lassen und dafür der Patch richtig gut wäre. Wegen der Wichtigkeit. Da ist Scheiß drauf, auf ein paar Wochen länger warten. Aber dafür ist es dann richtig ausgereift. Was ich allerdings nicht verstehe so richtig, ist, wie lange Blizzard für die ganzen Sachen braucht. Und auch die Politik. Blizzard macht es nun mal so. Ich glaube, sie machen es schon immer so. Ihre Politik auch mit dem PTR. Sie haben jetzt den PTR-Server. Den haben sie jetzt online, ich glaube, seit 5 Wochen. Da gab es 2 Patches insgesamt. Und das waren wirklich, das waren ein bisschen so Kleinigkeiten am PTR. Wurden da verändert. Wir haben jetzt seit 5 Wochen, haben die da extra einen Server aufgesetzt. Mit dem neuen Patch zum Testen. Die Leute testen, testen. Aber es kommt nichts richtig. Ich finde, es heißt ja schon Test-Server, den sollte man auch wirklich zum Testen benutzen. Wieso machen sie nicht einfach mal ein paar Builds oder ein paar Skills, verändern sie und testen es mal eine Woche, dann verändern sie es wieder. Dann machen sie es meinetwegen auch wieder rückgängig. Gucken oder einfach an den Damage-Zahlen der Klasse ein bisschen rumzuschrauben. Oder gucken, wie es ist, wenn sie da die Elementarschadensatmer dafür benutzen. Und so und so ein Skill-Design. Das sind doch nur, das sind wirklich im Endeffekt nur Zahlen, die sie austauschen müssten. Um alleine fürs Balancing ein bisschen mehr Tempo reinzukriegen. Ich weiß, dass die Entwicklungsarbeit langsam ist. Und das ist ein Riesenprozess. Aber es ist mir wirklich, es ist mir fast zu langsam. Ich muss jetzt auch mal so ein bisschen zurückgucken in Diablo 3. Ich habe immer gewartet in Diablo 3. Immer. Immer hat man gesagt, ja der nächste Patch, da kommt dann das und das. Ja, da spiele ich dann. Deswegen spiele ich weiter. Immer, immer. Diablo 3 war nie oder ist nicht, sondern wird. Immer. Es gibt kein Diablo 3 eigentlich. Es wird immer nur so Diablo 3. Und das ist so ein bisschen was, was mich stört. Das muss auch langsam mal da was, also wirklich erst entweder ein Abschluss gefunden werden oder auch ein bisschen Tempo mehr kommen. Gerade wenn man so einen Test-Server hat. Und wenn so viele Leute dort spielen, die spielen ja alle für die Katz. Und Blizzard zieht da eine Menge Informationen raus. Muss auch Blizzard so ein bisschen den Teil dazugeben. Mir kommt es immer so ein bisschen vor wie so bei so einem Schulkind. Und wenn jetzt dann wieder mehr Heul-Threads erscheinen und die Leute schreiben, ja was ist denn jetzt mal los Blizzard, da muss doch mal jetzt was kommen. Es kann doch nicht sein, dass so lange, dann geht es plötzlich wieder ganz schnell. Also schläft da mal so ein bisschen ein, da muss man zu Blizzard so ein paar Schellen geben. Da wachen die auf. Ah ja, 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 ich muss ja weitermachen. So kommt mir so ein bisschen vor. Und das ist für so eine große Firma, für so ein großes Projekt, wo sie so viel Geld mitgemacht haben, finde ich es ja, ich weiß, dass es auch kostenlos für uns im Endeffekt ist. Die Entwicklung, die sie jetzt da reinstecken, müssten sie nicht machen. Aber das ist Blizzards Ruf. Es ist nicht so, dass sie es einfach auch so machen, sondern es geht auch darum, dass sie ihren Ruf verbessern, dass auch weiterhin Leute Diablo 3 kaufen und dass sie auch dann das Com-Dead-On kaufen und insgesamt ihr Image, das wie eine Werbung für sie ist, dass sie ja weiterarbeiten an so einem Spiel. Aber das muss dann auch irgendwie besser funktionieren, finde ich. Das sage ich jetzt wirklich wieder nach 5 Wochen PTR, wo nicht viel passiert ist auf dem Server selber. Ja, so viel dazu. Und dann habt ihr ja gemerkt, ich habe eine Season angefangen. Und das muss ich sagen, macht richtig Spaß. Patch 2.1.0, von allen Sachen macht mir das am meisten Spaß. Hätte ich niemals gedacht. Eigentlich dachte, ich habe so ein bisschen belächelt, die Season. Ja, gut, fängt man halt neu an. Und es ist bestimmt auch so, dass es nicht, dass in der dritten oder vierten Season, wenn man da immer wieder neu begonnen hat, dass es dann nicht mehr so toll ist und nicht mehr so spannend. Aber die Season hier hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Auf dem PTR weiß ich nicht, ob ich es euch empfehlen sollte, weil es muss halt jetzt bald noch ein Patch kommen. Und dann kann es auch sein, dass die Season hier beendet wird und eine neue beginnt. Also, aber wenn der Server live geht, wenn der Patch live geht, empfehle ich euch dringend eine Season zu spielen und auch eine Klasse, die ihr noch nicht kennt. Genau das, was ich hier auch gemacht habe, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das macht super Spaß. Man lernt die Klasse kennen. Man steht nicht wie, wenn man sich ziehen lässt. Da hatte ich es oft, ich lasse mich ziehen auf Level 70, so zwei Stunden. Und dann stehe ich da vor 40, 50 Skills und Runen und alles und blick da überhaupt nicht durch. So lernt man den so ein bisschen von Grund auf kennen. Und ich habe einfach selber alles ausprobiert. Ich habe bis jetzt nicht kaum was zum Wizard gelesen. Und es macht Hammerspaß. Wirklich. Sehr, sehr viel Spaß. Und was man auch zum Beispiel sieht, das Loot 2.0, was ich ja oft kritisiert habe und immer noch schwach finde vom Wizard, das Loot 2.0 System ist in so einer Season richtig geil. Beim Leveln, ihr merkt so richtig, dass dieses Loot System wirklich mal funktioniert. Man findet die Sachen für sich, man findet nicht dauernd nur Crap. Und man findet Updates, Upgrades und es funktioniert. Was eben nicht mehr funktioniert, wenn man gutes Gear hat. Da funktioniert Loot 2.0 überhaupt nicht mehr. Da ist es nämlich richtig schlecht. Aber in so einer Season, wenn man neu anfängt, bei einem neuen Char ist es richtig, richtig gut. Das muss man auch mal sagen. Ja, und das kann ich euch wirklich dann nur ans Herzen legen, eine Season zu spielen. Und es geht auch gar nicht so sehr in der Season darum, was ich gemerkt habe, dass man da irgendwie in den Leaderboards weit vorne ist. Ich glaube auch echt, sie versuchen zwar durch die Seasons und durch die Leaderboards, jetzt müssen sie viele Exploits beseitigen. Ganz viele Exploits, die es jetzt zum Beispiel in der Season noch gab oder gibt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht ganz schaffen, alle Exploits rausgehen. Deswegen glaube ich, es ist echt am coolsten, wenn man ganz gechillt diese Season spielt. Gar nicht, um da irgendwie so 40 Stunden durchzuzocken am Anfang oder so. Ganz gechillt die Season, sein Char aufbaut. Und selber, also dieses, das, was ich auch bemerkt habe, was unglaublich mir Spaß gemacht hat, ist, dass ich selber versucht habe, alle Skills versucht habe, ausprobiert habe, alle möglichen Kombinationen versucht habe. Und ohne irgendwie mich, gut, mein Chat, mit dem habe ich das halt immer zusammen gemacht, aber ohne irgendwelche Sachen zu lesen darüber, das einfach so selber rausgefunden. Und das ist auch irgendwas, was ich am Anfang zum Beispiel nie konnte in Diablo 3, dass ich meine Skillung selbst entwerfe oder immer eine Skillung entwickle. Das konnte ich in Diablo 3 am Anfang nicht, weil ich einfach die Erfahrung nicht hatte. Aber inzwischen haben wir alle auch ein bisschen mehr Diablo 3 gespielt. Wir kennen ein bisschen besser die Mechaniken. Und wir sind inzwischen, glaube ich, auch fähig, mal sowas selber zu entwerfen. Wir müssen nicht immer nur das gucken, was die anderen machen. Was ich schon beim Barb länger so mache, das habe ich jetzt auch gemerkt, das geht auch bei einer komplett neuen Klasse, ohne dass man sich alles abguckt. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Skillung und jetzt denke ich, oh, das ist meine Skillung, die will ich immer weiter verbessern und ich will dann auch sehen, wie es ist, wenn ich jetzt noch bessere Skier habe, wie spielt sie sich dann und so. Also man steckt mit viel mehr Ehrgeiz und Faszination dann in so einem Charme. Und das ist wirklich der Vorteil so einer Season, was ich euch dann dementsprechend nur empfehlen kann. Dann gibt es noch, das war jetzt mal mehr so allgemein über Diablo und ich will auch immer ein bisschen über die Community reden. Wir haben probiert, ein Races zu machen in Rip of Souls, aber ich sage es euch ganz ehrlich, es ist kaum möglich. Es ist leider, es geht schon theoretisch, aber es ist irgendwie alles langweilig. Leider Gottes. Vom Hardcore Race, was nicht richtig funktioniert, über wir haben dann so ein Last Man Standing Event gemacht. Das war jetzt am Anfang ganz lustig und so, aber das wird dann ganz schnell langweilig. Es liegt einfach an diesem Leveling System, was jetzt neu ist in Rip of Souls, dass halt mit jedem Level, was man selber steigt, auch die Schwierigkeit ansteigt. In Hardcore Race kann man dann im Endeffekt so nicht spielen, weil es dann keinen Sinn macht, Gegner zu töten. Und auch die Legendary Competitions, selbst auf dem Live-Server, die gehen einfach nicht mehr so gut. Die Klassenbalance ist überhaupt nicht mehr gegeben. Es gibt so Art-Exploit-Sachen, die man benutzen kann. Die Gruppenlecken-Comps, die gehen nicht wegen der Monks und bestimmten Kombinationen. Da kann halt nur ein Monk mit WD gut spielen und so weiter. Also, aber auch da, das Einzige, was ich wirklich sehe, in Patch 2.1, sind die Leg-Comps, die da bestimmt wieder gehen dann. Vor allen Dingen die Gruppenleck-Comps, die werden mich interessieren. Dass es auch möglich ist, andere Zusammensetzung von Gruppen zu haben, als nur Monk und WD. Dieser Exploding-Palm, der Gott sei Dank genervt worden ist. Was man auch dann im Nachhinein jetzt sich fragt. Mann, wie lange hat das gedauert, diese Exploding-Palm da zu nerven? Das ganze Spielsystem konterkariert. Gut, aber kommt der jetzt Gott sei Dank und deswegen gibt es vielleicht auch wieder Leg-Comps, wenn der Patch 2.1 kommt. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns im Stream oder auf YouTube. Das nächste Video, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Denn da, also das nächste Video über Patch 2.1.0, da schulde ich euch ja noch einen dritten Teil. Da lasse ich mir wirklich noch Zeit, weil da geht es um die Klassenänderung und es bringt nichts, wenn ich euch hier so ein Zwischenergebnis, ein Zwischenstadium zeige, der Klassenbalance, irgendwie mitten aus irgendeinem PTR-Patch, sondern da muss man wirklich dann einen der letzten PTR-Patches für nehmen, um euch die Klassenbalance und die Klassenänderung zu zeigen. Macht's gut, bis dann. Und dann geht's 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 gut, bis dann.